Heute möchte ich dir gerne mal drei meiner ganz wichtigen Motivationstipps für das Trainieren beim Abnehmen mit auf den Weg geben. Der erste Tipp ist der folgende und zwar lieber weniger vornehmen und machen. Soll heißen, nimm dir lieber ein Training pro Woche vor oder idealerweise zwei Trainings, das die Erfahrung zeigt mit meinen Klienten, dass zwei Trainings pro Woche ein sehr gutes Maß sind, es tatsächlich langfristig auch umzusetzen. Also lieber ein bis zwei Trainings pro Woche und das kontinuierlich, als zu sagen, ich bin jetzt motiviert, ich gehe jetzt vier, fünf Mal die Woche trainieren. Denn es passiert folgendes, ich garantiere dir, es wird sehr schnell passieren, dass aus den vier bis fünf Trainings pro Woche vielleicht nur drei werden, weil was dazwischen kommt. Du hast einen Job, hast eine Familie, hast Verpflichtungen und das heißt, du hast dann plötzlich in der ersten Woche, die dann kommt, nur drei Trainings pro Woche absolviert, was ja immer noch sehr gut ist, aber da du dir vier bis fünf vorgenommen hast, fühlst du dich selbst schon schlecht und damit beginnt eigentlich deine mentale Abwärtsspirale. Das heißt, du hast es nicht eingehalten, was du dir vorgenommen hast und es führt dazu, dass du beim nächsten Mal wahrscheinlich sogar auch nur zweimal schaffst. Und das bricht im Prinzip deine Motivation, dein Glauben an dich selbst, weil die, ja ich sag mal so, weil die Erwartung an dich selbst einfach viel zu hoch ist. Also, ein bis zwei Trainings kontinuierlich machen, führt zu wesentlich mehr, als sich zu viel vorzunehmen und es dann zum Scheitern zu bringen. Gucken wir uns mal den zweiten Tipp an. Zu Hause oder nah trainieren. Es ist ganz wichtig, wenn du dir ein Trainingsprogramm vornimmst, dass du alle möglichen Verhinderer und Hürden aus dem Weg räumst, dass du es dir so einfach wie möglich organisierst, um nicht im Alltag auf der Strecke zu bleiben. Denn wir kennen alle die Situation, du hast einen langen Tag hinter dir, du bist platt, hast vielleicht auch mal keine Lust. So, wenn dann natürlich Hürden im Weg stehen, wie beispielsweise, ich muss jetzt erst mal meine Sachen packen, ins Auto mich setzen oder in die öffentlichen Verkehrsmittel, eine halbe Stunde noch fahren bis zum Studio, mich da umziehen, nach dem Training wieder duschen, umziehen, wieder nach Hause fahren, ist diese Hürde viel zu hoch. Dein innerer Schweinehund wird es nicht packen, diese Hürde zu überqueren. Darum such dir eine Trainingsstätte, die entweder ganz nah ist, ein Studio, was um die Ecke ist, oder einen Spielplatz, an dem du auch Übungen machen kannst, oder einen Park, oder ein Trimm-Dich-Pfad, der wirklich um die Ecke ist. Und du kannst sofort loslegen, oder natürlich am besten auch zu Hause. Du kannst natürlich auch Hanteln für zu Hause zulegen. Und du wirst sehen, dein innerer Schweinehund wird wesentlich geringer sein, und die Chance, dass du es umsetzt, das Training, steigt dramatisch. Und meine dritte wichtige Empfehlung, besser ein kurzes Training zu absolvieren als keins. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Ich bin als Personal Trainer mit extrem viel Erfahrung, über 20 Jahre hauptberuflicher Erfahrung. Ist es mein Job, Menschen, die viel beschäftigt sind, viele Verpflichtungen haben, durch den Trainingsprozess durchzubringen, durchzutreiben, durchzuprügeln, prügeln in Anführungsstrichen, weil es macht allen viel Spaß, und sie empfinden es gar nicht als Belastung. Das heißt, meiner Kunst ist es tatsächlich, das Training so rüberzubringen, dass du es gar nicht als Belastung empfindest. Trotzdem kann es natürlich sein, dass du am Abend erschöpft bist, obwohl du dir für den Tag das Training vorgenommen hattest. Du möchtest auch unbedingt in deinem Rhythmus bleiben. Und ich kann dir nur empfehlen, nutze ein kurzes Training. Das heißt, du machst nicht eine Dreiviertelstunde oder eine ganze Stunde, sondern du wählst ein kurzes Training für 20 Minuten, komprimierst alles auf das Wesentliche und bist trotzdem dadurch dran gewesen, was dein Körper dir danken wird mit Ergebnissen und was auch deine Motivation, deine mentale Stärke dir danken wird, weil du dran geblieben bist. Also nutze lieber ein kurzes als gar kein Training. Und das waren jetzt mal hier meine, oder ein Auszug aus meinen wichtigsten Motivationsprinzipien, diese drei. Ich fasse hier nochmal kurz zusammen. Also wir haben gesagt, lieber weniger vornehmen und machen als zu viel vornehmen und scheitern. Dann lieber zu Hause und nah trainieren und besser ein kurzes Training als keins. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Motivation für deine nächsten Trainings. Wenn du eine Frage hast, wenn du Probleme hast, dann melde dich bitte einfach. Schreib deine Fragen in die Kommentare. Ich beantworte dir die persönlich. Wenn du eine Frage hast, schreib uns eine E-Mail, wenn die etwas vielleicht diskret behandelt werden soll, an kontakt.figurtrainer.de. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Daumen hoch und abonniere den Kanal. Und ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Dein Jon Giersberg Dein Jon Giersberg